Also wir wohnen einer Sportlektion bei. Es sind zehn TeilnehmerInnen, die machen Sport. Die treffen sich einmal die Woche und der rote Faden durch das Stück sind die Sportlektions. Und dazwischen erzählen und spielen die TeilnehmerInnen Erfahrung, die ganz viel damit zu tun haben, was ist Familie. Mit dem Schwerpunkt aber auch darauf, inwieweit Eltern oder Bekannte oder Freunde nach vielen Jahren hier in Zürich, ob sie denn im Alter, wenn sie dann Rente bekommen, wieder zurückgehend in ihre Heimat. Und darüber wird viel sich auseinandergesetzt.